Ich will hier einfach mal nix rumliegen. I'm soaked through. Gar nisch ist hier, gar nisch. Auf jeden Fall muss ich meine Klamotten wechseln. Oder wir müssen irgendwie Fireplays machen oder so. Da sind, wir können hier nochmal zurücklaufen, da sind Garagen. Ich geh mal in die Garagen da hinten. Ah, ich geh mal noch nach oben, ne? Ja. So, falls man die Türen aufmachen kann. Nein. Das ist eine ziemlich lange Minute, ne? Fällt mir grad so auf. Ich glaub, da passiert auch heute nix mehr. Garagen? Ja. Garagen? Ja. Ich bin Pedestaler. Kennst du die Werbung? Die kenn ich ja. Ich muss dir jetzt nachgucken, wie diese Kackwerbung heißt. Ich hatte das nämlich mal in die Gruppe geschrieben. Also hier ist kein Auto, kein, gar nix. Du, 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 du. Ne, falsch. Obwohl, ähm, fällt mir gerade ein, das mit dem Festplattenspeicher hatte ich ja schon mal. Mhm. Bei einer Aufnahme zu Megaman X2, glaub ich. Wenn die Fraps-Zahl unten sich in gelb wechselt, dann... Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich Bescheid. Hey, neuer... Grandiose Fruchtquark. Grandiose Fruchtquark. Ne, sagt mir gar nix. So, meine Frau sitzt zu mir, ist ziemlich kacke. Die Mutter, die mit ihrem Kind quatscht, hört sich an wie die Olle aus Mafia 1. Sarah? Wie hieß sie, Sarah? Ja, Sarah hieß die. Die Frau von, äh, nicht Vito, von... Ich wollte gerade sagen, von Vito arbeiten, ja. Oh, hier gibt es jede Menge Makarov-Munition. Neun Millimeter. Achso, das ist ne... Ne Flair-Gun. Ist meine Hose immer noch nass? Ja, dann... Ja, ich bin noch... Soaked. Ne, meine Jacke ist auch nass, oder? Ja, dann tun wir hier mal ändern. Tu mal ändern, Ton. Tu mal ändern. Warum ist das denn auch nass? Willst du mich verkack-eiern? Das lag im Regen. Was beschwerest du dich denn? Oh, ein... Oh, oh. Ein Holz da, aber dann... Kann ich, glaube ich... Nicht tragen, wenn du dich... Die Step-Best. Genau, genau, genau. I'm soaked through. Da ist die... Die Wasserstelle. Dann werde ich halt krank. I'm slowly warming up. Warum? Bist du am Rennen, oder was? Ja, sicher, immer. Ja, sicher, Dard. Voll am Rennen hier. Jo, jo, Dard. Gehen wir doch mal schnell hier rein. Was auch immer das ist. Da sieht aus wie ein kleiner... Weiß ich nicht. Was ist das? Ist auch ein neues Gebäude, ne? Hm. Oh, ein Toilettchen. Das hier sieht aus wie so ein kleiner Kiosk. Schrägstrich Markt. Aber kommt man nicht rein. Das hier sieht... Oh. Was? Ich hab Sprit gefunden. Sprit gefunden? Oh. Kannst du den tragen, oder muss ich den tragen? Weiß ich nicht. Ich glaub, du solltest den... 45 Prozent. So, dann schmeißen wir mal die Pistole hier raus. Die brauch ich... Obwohl... Mir brauch ich eh nicht. Äh... Wie groß ist der denn? Oh. Echt? Fängt schon wieder zu regnen an. Und? Hast du irgendwie... Schrappeln in die Hände genommen? Wo ist meine Waffe hin? Liegt die da auf dem Boden? Die lag gerade eben noch auf dem Boden. Zumindest hab ich sie da gerade noch gesehen. Toll. Ist sie weg, oder was? Ist sie in den Boden eingesunken? Also ist nicht dein Ernst, ey. Jetzt ist meine fucking Waffe weg. Mit Munition. Äh. Ne, ich seh's nicht mehr. Gerade eben hab ich sie da noch liegen gesehen, aber jetzt ist sie tatsächlich weg. Gut. Dann hab ich jetzt, äh, dann kann ich sagen. Ist das eine Pistole? Ja, ich hab gar nicht. Aber da ist keine Munition drin. Äh, du hast sie... Äh, du hast sie... C... C-R75. Und die ist auch damp, übrigens. Ja, seh ich auch bei mir dran. Egal. Komm. Wir brauchen ein Auto. Damit ich den scheiß Kanister losfelle. Ich hab' dann in den scheiß Kanister losgefügt. Ich hab' dann langsam aufgelöst. Ich hab' dann langsam aufgelöst. Ich hab' dann langsam aufgelöst. Ich geh mal davon weg. Andi, das ist nur... Von der Gaslampe? Ja, ich dachte, das wär irgendwie... Was liegt denn da oben? Was ist das denn? Cooking Dry Pot. Vitamin Bottle. Forced to drink. Kannst mich zwingen, das Zeug zu saufen? Ja. Drink all. Ja, nimm mal einen Schluck. Ich darf bloß nicht auf die mittlere Maustaste kommen, ey. Ein Klavierhaus. Äh, Frame-Einbrüche. Bist nach oben gegangen, oder? Ja. 15, 17. Was ist das denn? Tire Repair Kit. Nimm mal mit. Ja, mach ich, wenn ich den Platz dafür finde. Dann nehm ich mit. So. Ach, hast du mitgenommen? Hab ich. Ja, wenn ich ihn noch ein bisschen aufräume, kann ich vielleicht... Ich könnte mal gucken hier. Was hab ich denn hier überhaupt? Ich hab ja auch noch irgendwas. Leather Sewing Kit habe ich noch. Leather Sewing Kit habe ich noch. Wollt ihr irgendwo mal drauf unwenden? Unwenden. Unwenden. Leather Sewing Kit kann not be used to mend the oral uniform jacket. Ach komm, das schmeiß ich mal raus. Brauch aber schnell. Mal gucken, ob ich hier durch geschicktes Umplatzieren noch irgendwas retten kann. Aber ich glaub nicht, ne. Soll ich noch irgendwas nehmen? Muss das Erste-Hilfe Kit halt hier liegen bleiben. Aber ich konnte jetzt an den Autos, die da rumstanden, auch nicht ein Rad abnehmen. Nee. Und ansonsten haben wir hier noch keine Autos gesehen. Nope. Ah, scheiß Vogelscheuchel. So. Ich hab's First Aid Kit dabei. So schön. Ich bin dabei mal in ein anderes Haus gegangen. In welches? Ich möchte dir gerne hinterherlaufen, weil ich kann mich nicht wehren, soweitlich. Aber bevor ich meine Waffe gezogen hab. Bist du links raus, rechts raus oder in der Mitte raus? Äh. Ich versuch grad zu sehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich herkomm. Ach da, da, okay. Ich bin genau gegenüber. Drink all. So. Wollen wir nochmal gucken, ob wir noch ein Auto finden irgendwo? Damit du deinen Kanister los wirst, ne? Ja. So, ich hab aber keine Ahnung, wo wir gerade stehen. Hm, 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 hm. Da ist eine Statue. Hilft mir das was? Äh. Wenn ich das richtig sehe, soll hier eine Feuerwehrstation in der Nähe sein, ne? Moment. Da ist ein Auto. Hier oben, wo wir sind. Ne, wo sind wir denn? Ja, genau das ist das Problem. Ich glaub, wir sollten noch ein bisschen hier rumlaufen und erstmal gucken, wie wir irgendwie... Ja. Lass uns mal Richtung der Statue laufen. Wenn ich das noch recht in Erinnerung hab, dann ist das von dir aus gesehen rechts rum. Ja. Schnell mal mit so einem Kanister mit 40% laufen kann, das ist ja unfassbar. Ich hab ne 18kg Autobatterie... Rucksack. Ach, guck mal, was ist das denn hier? Ist das hier ein Laden? Das ist ein Laden. Ah, nice. Hier liegt ein... Bandana? Red Bandana Cap. Ah, Cap. Was ist das da oben? Grey Sweater. Klamutten liegen hier ja jede Menge rum, ne? Ja, halt Kackglut, ne? Mhm. Ich hab mich grad vor einem Blatt erschrocken, was da runter gesegelt ist. Ein Blatt! Ein Blatt! Und ne Axt. Eine rote Bomberjacke. Durstig ist der Mann auch schon wieder. Red Hiking Jacket. Obwohl, ich kann ja mal... Ne. Wo ist denn hier der Shop? Ich leg mich mal auf die Fresse. Ich hab mir mal die braune Bomberjacke genommen, weil die ist nämlich auch Dämpf. Da gibt's ne Klinik... Aber ist denn hier alles Dämpf? Oder ist es Dämpf, weil ich Dämpf bin? Weiß ich nicht. Hier soll's ne Polizeistation geben. Oh. Wenn ich das richtig sehe. Ich kann Ihnen nicht sagen, in welche Richtung. Nur, wie sind denn bei mir hier die Dings... Also, wenn wir jetzt im Shop sind... Warte mal, ich guck mal grad draußen. Ja, hier ist so die Straße, so. Und dann ist das so. Und dann müssen wir... Dann guck ich nämlich so auf die Karte. Dann müssen wir jetzt nach... Hier müsste jetzt so ne kleine Straße reingehen. Genau. Und da müsste... Irgendwo hinten, relativ weit hinten auf der rechten Seite... ne Auto stehen. Okay. Dann lass uns da mal hin gehen. Kommen wir hier nicht her. Ich hab auch keine Ahnung mehr hier. Müsste... Ne, irgendwo müsste es in die Straße reingehen. Hier. Hier, glaub ich. Dann müsste das da stehen. Aber da steht nix. Verdammt. Vielleicht steht's ja auch hier. Oh, ich hab Panzerteid gefunden. Dann kann ich damit mal meine Flasche benutzen, oder? Craft Improvis Suppressor. So, nice. Du hast, äh, ein Dings gemacht? Schalldämpfer? Jep. Lässig. Willst du den haben? Klar, warum nicht? Jep. Oh, der geht nicht. Ne? Geht nicht. Inspect. This variant is designed for all firearms used by NATO forces. Schade. Ich nehme mal trotzdem wieder mit. So, also, hier ist kein Auto. Hast du noch irgendwie... Dann müssen wir wieder zurück. Mhm. Und dann... Rechts. Also, zurück hier auf die Straße und dann vorne, wo die Straße endet, rechts. Lauf mal vor. Dann hier, oder noch weiter vor? Ähm, noch weiter. Da, wo die endet. Okay. So, next kommt dann. Sprecher. Sprecher. Schade. Sprecher. Vielen Dank.